So, was steht denn jetzt hier an? Äh, äh, ich weiß es gar nicht mehr. Nichts, ne? Ich glaube, wir haben alles gemacht. Also, das ist alles, aber auf jeden Fall ist... Was war denn die letzte Woche nochmal? Oh, das Tag Team Match. Ja, ich erinnere mich. Match Einstuhl von dreieinhalb ist aber gar nicht so schlecht. Ist ja gar nicht so schlecht. So, was gibt's denn heute? Moment, wie sieht's denn aus mit dem Rücken? Na, da... Mein Gott, da bin ich schon. Äh, Rücken, Rücken, Verletzung, Ermittlungsstufe. Ist okay, ist okay. So. Was wollte ich machen? Genau, Training. Ne, wobei, ne, ne, komm. Wer will die wieder was von mir? Grandiose Vorstellung. Du legst eine starke Serie hin, Junge. Du bist jetzt seit fünf Wochen durch in der Top 5 der Power 25-Rangliste. Das ist sagenhaft. Unglaublich. Einfach spitze. Hab ich erwähnt, dass deine Leistung schon fast legendär ist? Okay. Hört, 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 hört. Ähm, Power 25. Ich bin aber... Ich bin auf Nummer 1. Wo ist denn der? WWE Champion. Äh, der ist hier gar nicht aufgeführt. Gibt's nur einen Titel, der hat im Laufenden, ist doch klar. Okay, trainieren. Kann ich nicht, wunderbar. So, heute Trainingsübungen. Boah, ich hab so viel Cash, was mach ich denn damit? Äh, Fan-Favoriten? Warum nicht? Wird irgendwas anderes zu tun? Plus 5 plus... Jawohl, ein bisschen Cash interessiert mich nicht. So, aber ich muss eigentlich trainieren, ne? Ah, das ist nervig, Trainingsübungen. Charisma Hardcore. Submission. Eigentlich muss ich auch in Submission reingehen, weil... Zähigkeit. Ja, ja, Zähigkeit ist gut. Halte ich gleich ein bisschen mehr aus. Endlich mal. Müll, komm mal, ey, das ist so nutzend, das zu trainieren, wirklich. Ich spiele, spiele einfach so durch. Trainingsübungen. Und nochmal, weil es so schön war. Ja, komm. So ein Prozent irgendwie... Oh, war das gar nicht so klug, oder? Oh, ist riskant. So, was haben wir denn hier? Okay, Judgment Day kommt. Judgment Day. Da steht Judgment, ich Idiot. Ich meine das für den Judgment, nicht Judgment Day. Rede. Warum steht da Judgment? Na, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. So, ähm... Heute mal Pause, ein Päuschen und dann gibt's... Gibt's schon das Match? Oh, Herr Metzfeld, okay. Rein. So. Ist das die erste Titelverteidigung? Ich glaub schon, ne? Hm, hatten wir schon mal einer? Hm, nee, ne? Hm, nee, ich glaub nicht. Das ist die erste. Und die erste ist immer die wichtigste. Meistens. So. Ach, nicht die Sequenz wieder weg. Bin so froh, wenn ich 2009 spielen darf. Dann wird's besser. Also, das ist ein tolles Spiel, aber... Die Sequenzen wiederholen sich zu häufig. Das ist schade. Müsste... Mein Gott, blende den aus, sonst geht's wieder ab. So. Was haben wir denn jetzt hier? Das alte Titel ist auch so geil von dem. Was für Lose-Lose? Ich gewinn jetzt. Na komm, das geht nicht. Komm. Wollen wir uns nicht übertreiben? So. Mit dem Titel. Ach so, ohne Titelkampf? Oh oh. Irgendwas wird nach dem Match kommen. 100 Prozent. Okay, oh. Scheiße, cool. Jetzt geht's aber ab, ja. Auch bei der Diva-Search? War die nicht Lehrerin oder so? Moment mal kurz. Kann das sein? Ja, 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 ja. Ich glaub schon. Also, ich konnte es nicht so schnell sehen, aber ich glaub schon. Bam. Oh, nee, so starten wir hinten. Gott, so fangen wir doch gar nicht an. Ja, ja, ja. Hallo. Ich komm da nicht raus. Ich hasse diesen Move. Ich will nicht die Arbeit wieder. Nein. Ich kann nicht knackern. Der ist aufs Theoriden. Ist ja übel. Ei, 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 ei. Wo bin ich denn hier hin geraten? Und das ist etwas, das du nicht mehr sehen kannst. Ein bisschen Stretchen machen. Jawohl. Ein bisschen Akrobatik. Nein, Gott. Gelber Körb auch schon aus dem Nichts, ey. So. Okay, ich glaub, ich hab mir den falschen Gegner ausgesucht. Ich bin mal gespannt. Bitte kein Konter, bitte kein Konter. Gut, gut, gut. Kleinen Flip. Bam. Den Move wollte ich eigentlich mal entfernen. Hätte ich mal machen sollen. So, nein, das... Ja, das geht auch. Trifft das ja, ne? Ui. Swart in. Bam. Es fehlt der Shotgun-Zone, wirklich. Schade. Die hat auch einen gelben Körper jetzt. Warte, warte. Instant Kick-Out, ey. Nein, warte. So, wir suchen mal von der Seite. Flieg, flieg. Flieg daneben, wunderbar. Oh, nee, nee, ist das Submission-Move. Ich kann nicht mehr. Okay. Ich hasse Submission-Move in diesem Spiel. Weg mit dir. Meine Güte. Ich glaube, ich soll kein Champ sein. Jetzt steh auf, komm. Mein Gott. Oh, oh. Das ist nicht gut. Wenn der trifft, ist vorbei. No, er macht den höchsten Submission-Move. Ich kann nicht mehr. Wie kommt man da auch raus? Meine Güte. Immer, dass er seinen Finisher verkackt. Schon mal gut. So. Nein. Oh, mein Gott. Weicht doch nicht so viel aus. Was soll denn das? Meine Güte. Ich krieg ja ordentlich eine noch in Mütze. Mein Gott. Als ob der Computer weiß, welche Kontraste ich drücke. Das ist so. Oh, nein. Ich komme da nicht raus. Ich komme da nicht raus. Keine Sprecher. Oh, jetzt kommt man zu Submission-Move. Mein Gott. Lass mich raus. Was hat der? Meine Güte. Was ist das? Rampage. Das war's für mich. Jetzt kommt das wieder. Keine Ahnung. Ich krieg dann... Geht nicht. Keine Chance. Aus diesem Move raus. Ey. Ich bin schon gewählt, das Spiel abzubringen. Das war's gleich für mich, wenn ich nicht rauskomme. Ich komme da nicht raus. Keine Chance. Ist das spaßig. Ist das spaßig. Wirklich wunderbar. Dieses Spiel mit einem erstellten Superstar zu spielen. Ist so dumm. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Wunderbar. Toll. Ne. Jetzt krieg ich schon wieder böse Nachrichten. Nö. Das verloren hat Schimp. Blablabla. Danke für nichts. Hätte ich mir meine Nase bloß nicht gegen die Angelegenheit. Ja. Geh mir auf den Sack. Pech gehabt. So. Da geht's einfach weiter. Den ganz normalen Monat bis zur nächsten Zeit. What the fuck? Ich glaube, ich werde das Spiel niemals durchspielen. Ich könnte auch bis Backlash simulieren. Naja, machen wir nicht. Fate. Es tut mir leid. Ich spiel kein Fatic Warburg mehr. Da kommen wir ja gar nicht. Ne. Da geht's. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall spiel ich das. Gib mir die Zwischensequenz und dann machen wir weiter. Ich bin dezent durch mit dem Spiel. Aber ich muss es halt zu Ende spielen. Ich will unbedingt. Das endet jetzt. Die Sequenz kennen wir schon. Echt toll, ne? Also 2007 grandios. 2008. Bisschen enttäuschend. Der Champion ist heiß und steht gar nicht im Ring. Toll. Mann, im Backlash gibt es bestimmt einen Failure 4-Way, oder? Ja, Dings hat gewonnen. Wunderbar. Das sieht mich gut aus. Krankheit. Das ist Mark Henry. Okay, Mark Henry ist verletzt. Und schon mal über. Partner verletzt. Wunderbar. Herzliche... Was war das? Bisschen-Teils-Warnung. In diesem Sinn. Partei Ruhe. Über... Klappe. Und mit den Klappen schlafen, Jack, wie wirst du diesen... Der Judge mit der Vater... Mein Gott. Tja, dann, äh... Das wird spannend. Derch lifecycle. Bloß.